endlich ist es weit ich begrüße euch das allererste mal vom TSW 3 hier ist Trains & Play und ihr seid genauso sehr gespannt wie ich auf diese fahrt und daher wollen wir gar nicht so viel zeit verschwenden das ist unser gefährt der ICE 1 Baureihe 401 ab jetzt verfügbar und ich dachte mir wir fahren direkt am frühen morgen um einfach mal auch die schönheit des neuen beleuchtungssystems zu zeigen oder ist das nicht schön guckt euch das mal an ist das nicht herrlich die Stimmung hier ich würde sagen wir steigen erst mal ein in den ICE wüssten ihn auf und alles weitere dann gleich daher einmal den Fahrtrichtungswender rein und nach vorne wir geben die Türen rechts frei gut das haben wir gemacht dann drehen uns einmal hier nach hinten und schalten uns die PZB und die LZB an sind doch direkt in der LZB die AFB machen uns auch an AFB können wir schon mal voll nach vorne kippen einmal den Bremsschlüssel drehen und bisschen die Bremsen anziehen dann einmal den Kippschalter nach vorne und die Spitzensignale sind bereits schon auf normal gestellt das passt führerstandsbeleuchtung können wir uns auch hier an machen lassen wir jetzt erstmal aus also PZB funktioniert alles gut soweit ja dann können wir uns noch die Displays direkt hier auf dunkel einstellen das geht hier und einmal hier und hier okay wir stehen hier in Kassel und müssen die Türen schon zumachen fliegen hier einmal dran vorbei ach ist das nicht herrlich das ist unser ICE kommt jemand von euch hier aus der Gegend aus Kassel aus Fulda aus Würzburg und kann mal so ein bisschen darüber berichten wie realistisch das hier aussieht wir können hier einmal hier so ein bisschen lang fliegen hier auch in die Unterführung beziehungsweise hier auch oben drauf wie können wir auch zu Fuß können auch das Parkdeck erkunden und von hier auch ganz gut ganz gute Aufnahmen machen also wie realistisch sieht das aus was würdet ihr so sagen die Sifa lasse ich heute aus weil wir uns viel von der Strecke angucken werden lassen wir uns nicht von der Sifa nerven dann Fahrschalter nach vorne Lüfter gehen an und wir fahren los dann die Sifa Das ist natürlich ein unglaublich langer Zug. Der ICE 1 lässt sich sehr, sehr gut an dem Port Restaurant erkennen, hier oben, mit diesem kleinen Höcker da drauf, mit dieser Oberlichter, die da zu sehen sind. So, wir halten einmal zwischendurch in Fulda, machen uns mal hier das Fernlicht auch direkt an. Genau, haben wir jetzt schon an. Ja, es gibt ein paar Dinge zu erzählen. Also erstens, der TSV ist jetzt im Early Access verfügbar. Die Version, auf der ich gerade spiele, in der ich das jetzt zeige, ist allerdings eine Vorab-Version, eine Beta-Version. Das bedeutet, dass ihr eventuell hier noch so Kleinigkeiten seht, irgendwelche Bugs oder so, die möglicherweise gefixt sind, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video schon rauskommt oder halt eben auch nicht. Ihr müsst jetzt einfach mal annehmen, dass so wie ich es euch jetzt zeige, so wird es auch sein, wenn ihr das Spiel dann haben. So, wir sind schon in der LZB, 140 sind freigegeben, das macht der Zug auch ganz automatisch. Und ja, wir fahren im frühen, frühen Sonnenaufgang, 6 Uhr 25 morgens, glaube ich. Wir fahren den ICE 781 nach Hamburg-Altona, äh, von Hamburg-Altona nach München, mit Halt in Fulda und dann in Würzburg. Ich habe ganz bewusst diese Beleuchtung hier ausgewählt, weil ich finde es einfach unglaublich schön. Es werden, glaube ich, recht viele Videos folgen in genau diesem Beleuchtungsverhältnis. Einfach weil ich das sehr, sehr, sehr stimmig finde. Und was wir jetzt auch haben, neues Feature, Funkenflug. Ich gehe mal zum Panto, beziehungsweise gleich, wenn wir im nächsten Tunnel sind, werde ich mal zum Panto rüberfliegen. So, da war der Gegenzug. Ja, okay. Natürlich war genau jetzt kein Funkenflug zu sehen, das passiert ja nicht immer. Aber was ganz interessant ist, das passiert halt vor allen Dingen, wenn man schlechtes Wetter hat, also bei Regen und vor allen Dingen bei Eis und Schnee, wird man das recht häufig sehen mit dem Funkenflug. Und jetzt bei vergleichsweise gutem Wetter haben wir eher weniger Funkenflug. Was auch bemerkenswert ist an dieser Stelle, oder das kann man sich jetzt erst mal merken, wir fahren los mit einem vollkommen wolkenfreien Himmel, ein klarer Himmel. Und wir haben ja dynamisches Wetter aktiviert, das bedeutet, es kann sein, dass im Laufe der Fahrt eventuell das ein bisschen zuzieht. Vielleicht fängt es an zu regnen, vielleicht auch nicht, vielleicht fängt es an zu gewittern, vielleicht auch nicht. Da haben wir jetzt aber genug Zeit, die Fahrt wird ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich, in Anspruch nehmen. Da kann also noch viel geschehen. Und wir fahren im Grunde genommen hier praktisch in den Tag hinein, frühmorgens. Was auch ganz witzig ist, also nicht für mich witzig, aber vielleicht für euch. Ich habe tatsächlich schon einmal ein Video aufgenommen, eine komplette Fahrt und dann, wie bei dem letzten Video mit der 155 realisiert, dass ich das falsche Mikrofon aktiviert hatte. Sodass also, jetzt haben wir natürlich hier so ein bisschen die Lichtverhältnisse dunkler, weil sich die Augen angepasst haben an den hellen Himmel. Aber wenn wir die Kamera so halten, dann sehen wir auch wieder besser. Genau. Also wie bei der 155, wie bei dem letzten Video hier auf dem Kanal ist, tatsächlich, ich meine, hatte ich das falsche, das alte Mikrofon noch aktiviert und nicht das hier. Und dann dachte ich, ja komm, für den Release von TSV3 ist es schon besser, wenn man das richtige Mikrofon dran hat. Und, ähm, bitter wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt immer noch das falsche aktiviert hätte. Ich kann es jetzt gerade nämlich nicht, während ich Spiele gegenchicken. Ähm, aber hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt. Insofern habe ich ein komplettes Video letztlich, äh, ja, wieder weggeschmissen für die Mülltonne und nehme das jetzt nochmal auf. Aber, dass es nicht schlimm ist, macht ja sehr, sehr viel Spaß. Das hier ist einer von diesen Stellen, wo Güterzüge überholen, beziehungsweise, äh, wo Güterzüge eben abgestellt werden, auch schottern. Wir haben ganz leichte Bewölkung mittlerweile. Ähm, ja, da werden Güterzüge zur Seite genommen und, ähm, können dann, äh, vom Fernverkehr überholt werden. Herrlich, oder? Wie riesig diese Viaduct-Tücher sind. Die Tunnel haben auch tatsächlich einen Namen. Das ist der Erlenberg-Tunnel mit einer Länge von 200 Metern. So, gucken wir uns jetzt nochmal vielleicht die, ähm, das Bügelfeuer an. So. 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 wir haben aber auch echt kein glück heute das wird noch also ich habe schon unzählige mal gesehen und vor allen dingen in dem letzten video kam es die ganze zeit vor wirklich die ganze zeit hat mir bügelfeuer und jetzt natürlich kein einziges mal so ist das halt ja kassel würzburg gibt es aktuell im early access und ein paar tage später dann die richtige version an der sich aber nichts ändern wird also die version werden vermutlich gleich sein vielleicht gibt es ein ab also es wird irgendwann noch ein update für die strecke geben definitiv wann genau und was da drin ist weiß ich aber nicht was lässt sich zu den wolken sagen die wolken sind dahingehend neu dass das tatsächlich volumetrische wolken sind das bedeutet folgendes vorher war es so und auf den alten tsw2 strecken ist das immer noch so da waren die wolken mehr oder weniger einfach nur texturen das heißt also keine wirklich vorhandenen objekte in diesem universum keine schatten die da geworfen wurden nichts und jetzt ist es aber tatsächlich so dass das dreidimensionale objekte im raum sind was also bedeutet dass die sich erstens bewegen zweitens werfen sich schatten das heißt also man gerade mit dem icc unterwegs ist dann kann man das durchaus bei so mittagsverhältnissen gut beobachten dass man dann in den schatten einer wolke hinein fährt und dann kurze zeit später auch wieder aus dem schatten raus wird also ganz kurz mal dunkler wird und dann wieder heller das liegt halt tatsächlich daran dass die wolken schatten werfen und wir sehen auch richtig wie wir an den vorbeifahren die bewegen sich richtig also mich interessiert natürlich sehr euer feedback an der stelle was haltet ihr davon habt ihr euch den t3 geholt was haltet ihr vom ic1 was haltet ihr von der strecke was haltet ihr von den neuerungen im t3 ich persönlich bin ja extrem begeistert gerade tatsächlich das neue lichtsystem sowie der dynamische himmel die haben es mir echt angetan diese beiden funktionen und ich finde auch die ic sehr sehr gut an der stelle es kann sein dass es schon irgendwelche mods gibt die habe ich aber natürlich noch nicht installiert weil ich nehme praktisch vor release auf damit die tg freundlicherweise ein bild zur verfügung gestellt das heißt aber auch gleichzeitig es gibt da keine mods auch wenn ich habe schon ein paar mods ausgetestet die dich austesten konnte die haben auch tatsächlich alle schon funktioniert im tsw 3 da muss man keine angst haben ach ist das nicht schön genau deshalb bin ich habe ich tatsächlich mir gedacht dass es sinnvoll ist dass wir frühmorgens waren weil es einfach so unglaublich schön aussieht also ich kann mir vorstellen dass in zukunft die meisten videos eher elf wieder so wirklich zum sonnenaufgang oder zum sonnenuntergang aufgenommen werden natürlich nicht immer sonst macht es irgendwann das ganze zu nichts besonderem mehr aber ja am heutigen tag erscheint auch ein tutorial noch mal wie man die 401 aufrüstet wie man die 403 aufrüstet und wie man die 185 aufrüstet und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher aber ich gehe mal davon aus dass das nächste video das kommen wird eine güterzugfahrt dann hier sein wird einfach weil das vergleichsweise auch ein großer fokus auf dieser strecke ist den IC3 den lassen wir mal so ein bisschen außen vor den kennen wir jetzt eigentlich schon recht lang und mit ausnahme eines brems displays hat sich da auch nicht so viel verändert zu der version aus münchen augsburg es wird aber und ich hoffe das funktioniert zum zeitpunkt des release ein repaint geben für die 401 erstellt von limo und ich glaube allerdings dass es dieses repaint nur für die console nur für den pc geben wird weil der IC1 nicht für den creators club freigegeben ist und das bedeutet also die die am pc sind die können sich dann das repaint runterladen vermutlich erhältlich im ransom forum sowie in transom community aber das werde ich dann in dem entsprechenden video auch noch mal gesagt haben so gucken wir uns hat wir haben noch 45 kilometer also theoretisch rein theoretisch hindert uns halt absolut nichts daran dass wir jetzt aufstehen und mal durch den zug wandern während der zug fährt ich würde das normalerweise nicht machen also normalerweise würde ich das nicht machen weil das schon unrealistisch ist aber erstens haben wir die siefer aus und zweitens sind wir hier weil wir mal so ein bisschen den zug und die strecke und alles sehen wollen daher stehe ich einmal ganz kurz auf und zeige euch mal ganz kurz den zug also hier sind wir gerade im zug das ist natürlich jetzt nicht viel zu sehen weil wir im tunnel sind wir können uns aber auch selbstverständlich hier hinsetzen oder dahin setzen ja und so sieht das dann hier aus und euch holy moly weiter kommt euch das an doch mal wow also das ist so ein bild habe ich bisher selbst noch gar nicht gesehen ich habe ja schon seit einiger zeit ein bisschen gespielt aber das hat mich jetzt gerade selbst geflasht wie sieht denn jetzt bitte der himmel aus habt ihr das gerade gesehen das war jetzt mal das also wow wahnsinn guck ich mal wie rot das da draußen ist ist das nicht schön so 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 da so 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 plant so 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 den paar testrunden die ich jetzt hier schon so gefahren bin also was das angeht das war jetzt gerade auch für mich komplett neu wir haben jetzt gerade auch das bügelfeuer schon gesehen das finde ich auch sehr sehr schön also sehr toll gemacht props an dtg props an lukas der da eine ganz große rolle dabei gespielt hat das zu bauen wahnsinn ja gut das da fehlt ein bisschen daran aber so ne und ihr habt jetzt gesehen mit dem dynamischen wetter es funktioniert und es sieht auch noch dabei richtig richtig gut aus oder oder was sagt ihr also ich bin komplett geflasht davon wir können auch übrigens zur funktionalität im führerstand wir können noch das fenster öffnen auf der anderen seite ebenfalls wir können hier glaube ich nichts bedienen dafür aber hier hinten noch die ein oder anderen sachen zum beispiel in die batterie den leuchtmelder test können wir aktivieren ja in zwölf minuten erreichen wir dann folder also ich finde der ts wie ist jetzt da wo wir uns wo wir alle uns ihn hin gewünscht haben das ist jetzt der zustand des spiels mit diesen lichtverhältnissen und dieser funktionalität und allem das ist genau das was wir uns glaube ich alle seit langem schon für dieses spiel gewünscht haben oder also ganz ähnlich bleibt da ein wunsch offen wenn man sich das jetzt gerade anguckt natürlich klar kann man dann sagen ja ich hätte gern die baureihe 103 oder so das ist was anderes dann diese wünsche bleiben immer offen dann gibt es immer irgendeine lok die irgendjemand haben will ich auch da gibt es einige die ich noch sehr gerne im tsw sehen will und mit der zeit werden auch einige kommen aber so an sich so von der funktionalität her und der umfang des tsw ist jetzt auch nicht so klein wir haben jetzt schon einige strecken wir haben jetzt auch schon einige züge auch wenn ja so gerade die lockbestanden züge das noch so ein bisschen hinterher hängen gerade im bereich güterverkehr der leider immer noch nicht so ganz so viel liebe bekommen hat aber dieser fahrplan zeigt schon da ist viel liebe für güterverkehr mit dabei wir haben einen neuen güterwagen der mit dieser strecke mitgeliefert wird nämlich der kj ls wagen aber halt eben keine neue lok schön wäre natürlich eine neue locke im güterverkehr mitgeliefert wird die 785 diesem auch ganz gut also dafür haben wir den icc und was halt was man so ein bisschen beim bei der entwicklung mit bedenken muss der ic ist nicht einzug also der ic1 ist nicht aus seiner technischen perspektive einzug sondern ich glaube das sind vier oder fünf züge die da berechnet werden denn jeder individuelle wagen zählt in diesem sinne als einzug wir haben also den triebkopf das ist ein ein wagen so also beide triebkörper werden damals einen dann gezielt weil beide identisch sind dann haben wir die erste klasse wagen die zweite klasse wagen das bordrestaurant und ja genau das sind vier wagen typen ich bin mir nicht ganz sicher ob nicht noch sogar irgendwie eine variation mit dabei ist irgendwo so ankündigung von 120 auf 220 in 88 koma irgendwas kilometern genau also sind vier bis fünf wagen die da gleichzeitig berechnet werden so es macht keinen unterschied man muss sich das ein bisschen so vorstellen der unterschied zwischen man hat im spiel eine baureihe 101 und eine baureihe 146 und das was da berechnet wird für zwei individuelle züge für zwei individuelle loks ist halt viel viel mehr als wenn man auf der gesamten strecke nur baureihe 101 also wenn man jetzt 30 40 100 100 einsamen fahrplan hätte ist der unterschied für die performance deutlich geringer als wenn man 101 und 146 hat weil das halt einfach zwei individuelle züge sind die da reingeladen werden müssen und dementsprechend habe ich tatsächlich nie so wirklich gedacht dass es der ic e1 in den tsw schafft weil es ein sehr sehr speicher hungriges monster ist aber er ist da und er funktioniert speicher hungrig ist er trotzdem es geht so ein bisschen auf die fps wenn man im wagen inneren ist aber das ist okay das ist das sind abstriche die muss man machen das ist halt so und ich finde das vollkommen verträglich so werden jetzt runter gebremst fulda haben wir in sieben kilometern heißt also wir fahren auf ein hp 0 dazu laut lzb der gefahrenleuchtmelder ist an und wir werden da automatisch runter gebremst also das macht die lzb und das macht sie das sind meine erfahrungen das macht sie auch sehr zuverlässig tatsächlich oder bisher zumindest hat sie das sehr zuverlässig gemacht in allen meinen testfahrten so So, Madame et Monsieur, wir sind bald in Fulda. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts oder links. Das weiß ich doch nicht auswendig. Da kommt uns einer entgegen. Hallihallo. Fulda. Also auch da wieder die Frage, wenn jemand von euch aus Fulda oder Umgebung kommt, ist das wiedererkennbar für euch? Seht ihr die Sachen und denkt euch, joa, kommt hin? So, Hall zu erwarten. Da rechts sehen wir übrigens die neuen Güterwagentypen. Die LZP hätte uns auch von alleine runtergebremst, aber ja, ich wollte das jetzt selbst machen. Müssen bis ganz nach vorne fahren, der Zug ist ja sehr, sehr lang. So. Wir machen die Türen auf. Und gucken uns mal ein bisschen hier um. Das hier ist ein Repaint. Keine Sorge, das wird nicht mitgeliefert, sondern das hier nur. Da haben wir eine 146, die da rumsteht. Da sind wir. Ein Dostou. So, also, wem kommt da was bekannt vor? Was ist das hier? Sieht aus wie so ein Kloster. Könnte auch ein Schloss sein. Kennt das jemand? Auch hier das Bahnhofsgebäude von Fulda. Und das Stellwerk von Fulda, das ein bisschen aussieht wie ein Hund. Oder? Und ja, sonst hier halt so die Innenstadt, der im Rechts jetzt natürlich nicht mehr ganz so gut ausmodelliert. Das ist ja, das ist nichts Neues. Das ist ja nur Szenerie. Aber hier so ein bisschen, das ist auf jeden Fall so ein Landmark. Gemütlich, schnell, effizient. Kein Flugticket erforderlich. Fahren Sie mit dem Intercity Express. Ja. Machen wir. Dann können wir, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, einmal hier raus. Können natürlich einmal in den Innenraum nochmal rein. Das ist unsere erste Klasse. Würzburg, Nürnberg. Okay, das hat ein bisschen Überarbeitungsbedarf. Weitere Station München. Okay, immerhin, das wird schon mal angezeigt. Und hier steht, dass wir nach München fahren. Das passt, auch wenn wir aus irgendeinem Grund zwei Minuten Verspätung haben. Aber das passt soweit. Hier ist Bordrestaurant. Der Lieblingswagen. Das ist nicht gut. Wir sind nicht gut. Bitte achtet Sie auf den Abschluss. Wir sind schon mal steigert. Oh, ich sehe was. Ein Collectible. Hier Regenschirm haben die übrigens auch. So, ich laufe einmal über die Gleise. Bitte nicht nachmachen. Das darf man in Realität nicht. Aber wir sind hier nun in der Simulation, da ist es meiner Meinung nach okay. Aber bitte niemals in Realität machen, davon stirbt man nur. Und reißt dabei die Lokführerinnen und Lokführer, die einen überfahren, auch gleichzeitig mit in ein tiefes Trauma. Okay, wir haben noch eine Minute. Wohin fährt der hier? Hamburg. Machen wir die Türen zu. Wir sehen hier, das T leuchtet auf und hier sehen wir es auch. Die Türen gehen zu. So, Türen sind zu. Dann können wir uns eigentlich auch schon bereit machen zum Abfahren. und dann bekommen die Türen Boxen. Schön, wie der Panto hier arbeitet, hoch und runter geht. Okay, einmal nach vorne geschoben, AFB nach vorne und dann haben wir nochmal über 80 Kilometer. Ja, also das dauert jetzt einfach seine Zeit, bis wir da sind. Die Fahrt dauert Pi mal Daumen, ich glaube eine Stunde 10, eine Stunde 15, wenn man nicht große Verspätung hat. Mit dem Güterzug wird sie natürlich um einiges länger dauern. Ich glaube, da kommen wir schon so an die zwei Stunden ran. Wenn wir dann hier unsere Habinswagen zum Beispiel durch die Gegend schippern. Ja, wie gesagt, also wenn ihr was wiedererkennt, wenn ihr findet, oh ja, das kenne ich aus der Realität so oder das ist eine Realität ganz anders, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das W da unter dem Signal stand gerade für Fürzburg. Ja, was lässt sich so zum IC1 sagen? Das ist halt die erste Bauserie, beziehungsweise in Serie gefertigten, gebauten Hochgeschwindigkeitszüge auf den deutschen Schienen. Und zwar seit 1991 sind die ältesten Triebwagen in Betrieb. Und sind auch, glaube ich, die längsten ICEs, die wir haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die ICE4-Version mit den deutlich mehr Wagen als ursprünglich, ob die jetzt nicht sogar noch länger ist als der ICE1, weiß ich gerade nicht. Das kann sein, aber sicherlich bis bevor es diese Wagen gab, war der ICE1 der absolute Rekordhalter, was das angeht. Es gibt... Insgesamt in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt 58 ICE1-Betriebzüge, die noch in Betrieb sind. Es gab, ich glaube, zwei oder drei mehr, die insgesamt gebaut worden sind, aber Stand jetzt gibt es 58 ICE1er, die noch zu sehen sind auf den deutschen Schienen. Was ja noch recht viel ist. Was ist das da hinten, was da so hoch geht? Ja, jetzt geht die Sonne richtig auf. Jetzt sieht man sie langsam am Horizont da. Jetzt sieht man auch, wie schön hier alles dann erleuchtet wird. Oh, Moment. Scheinwischer. Hat der schon aufgehört zu rücken, dann habe ich ganz vergessen. Dynamisches Wetter und so. Und den ICE, den wir hier haben, das ist die Version mit der LDV, also der sogenannten Lebensdauerverlängerung. Was bedeutet, dass einige technischen Komponenten erneuert worden sind und die Triebzüge auf dem neuen Mittelwagen gekürzt worden sind. Und ich meine, die Version, die wir jetzt haben, sind 9 Mittelwagen, oder? Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, und nicht und zwölf. Okay, dann doch nicht. Sitzblitze haben wir 703 im Zug aktuell. Beziehungsweise wir hatten 703 in der ursprünglichen Version aus dem Jahre 1991. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt mit der Modernisierung, wie sehr sich das geändert hat. Da kann es jetzt natürlich sein, dass wir vielleicht ein paar mehr haben, weil wohl früher bestimmt mehr Abteilwagen noch im Zug zu finden waren und die dann wohl eher gegen Großraum ausgetauscht worden sind. Und meine Vermutung, also es kann sein, dass wir mehr als 703 Sitzplätze im Zug haben, was ja schon unglaublich viel ist. Wir haben eine Zuglänge laut Webseite der Deutschen Bahn von 358 Meter. Gucken wir ganz kurz im TSW-Menü, ob das stimmt. 353 Meter. Okay, dann weiß ich nicht genau. Es kann sein, dass da irgendwelche anderen Start- und Endpunkte gewählt worden sind. Es kann sein, dass vielleicht irgendwas, ja, keine Ahnung, vielleicht hat einer von den beiden, vielleicht hat der TSW, zählt ja nicht die Nasen mit der Züge oder so, sondern er ist ab Führerstand. Und das weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es halt doch eine etwas andere Variante des Zuges. Und dann kommen halt diese 5 Meter Abstand durchaus zu tragen. Und ja, der IC1, der Großvater unter den Fernverkehrszügen in Deutschland. Und dann kommen halt diese 5 Meter rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt haben sich unsere Augen angepasst, so wie es halt eben auch in der Realität zu erwarten ist. Hier übrigens wieder so eine Stelle, bei der Güterzüge überholen können. Und gleich, wenn wir in den nächsten Tunnel reinfahren, dann sehen wir, wie zunächst alles etwas dunkler ist und dann aber nach einer Sekunde oder zwei alles wieder ein kleines bisschen heller wird. Erstmal hier über die Brücke, über das Viadukt. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir das mit der Augenadaption natürlich nicht ganz sehen können, aber nach dem Tunnel ist vor dem Tunnel. So ist das. So, jetzt können wir das sehen. Augen passen sich an und wieder. Und nochmal. Also auf jeden Fall schön gemacht. Sieht auch deutlich besser aus, als in dem ersten, allerersten Preview-Stream, den wir gesehen haben. Wo gerade bei so einer Tunnel-Einfahrt dann plötzlich so ein komischer Lichtblitz erschienen ist. Das sah natürlich ziemlich bekloppt aus. Aber das ist jetzt weg. Kein Lichtblitz. Sieht super aus. Props an Lukas. Der hat, glaube ich, den Bug selbst gefixt. Und wir sehen auch, die LZB bremst uns auch runter, weil es hier gerade ein bisschen bergab geht, wird da die E-Bremse mit benutzt. Das hat auch immer wieder aufgehört zu regnen, aber Wolken sind immer noch recht viele da. Vielleicht fängt es ja gleich wieder an zu regnen. Vielleicht glatt es aber auch auf. Oh nein, das ist ja das... Wir haben ein HP0. Okay. Das ist unerwartet. Wir fahren euch mal das an. Wir sind eigentlich ganz normal im Fahrplan unterwegs. Warum haben wir ein HP0? Ups. Tatsächlich. Und regnen fängt es jetzt auch noch an. Okay, doch nicht mehr. Keine HP0. Dann ist es ja kurz. Und dann ist es ja kurz. so aus einem schönen sonnigen tag ist jetzt ein ziemlich grau bewölkter geworden so schnell passiert das ich habe auch das gefühl dass ein bisschen nebel aufgezogen ist oder es wirkt zumindest ein kleines bisschen neblig ich wollte euch eigentlich die strecke doch definitiv ich wollte euch die strecke bei gutem wetter zeigen damit man halt möglichst viel auch von der szenerie sieht aber ich kann halt nicht das dynamische wetter beeinflussen ich wollte es aber auch nicht ausgestellt haben man kann es auch ausstellen das geht auch keine sorge wer da keine lust drauf hat irgendwie dann am ende im regen zu fahren oder so man muss sich nicht nicht aktiviert haben aber gleichzeitig wollte ich es auch zeigen aber der nachteil ist halt eben dass wir uns jetzt den rest der strecke jetzt erstmal im regen angucken müssen und sieht man natürlich nicht mehr ganz so viel das ist schade aber das ist doch ich liebe das ganz ehrlich ich liebe das total mit dem bügelfeuer ich finde von allen funktionen ganz ehrlich ich finde von allen funktionen ist das eigentlich das coolste das ist zwar so wirklich gefühlt dass das was irgendwie am wenigsten unterschied macht im gameplay das macht ja auch eigentlich gar keinen unterschied aber irgendwie nicht hat das was das ist einfach schön so als zb bereichskennungswechsel wir haben gerade die tafel gesehen und auch wenn die nächsten da hing irgendwas in dem tunnel rein habt ihr das gesehen da war irgendwie noch so eine textur glaube ich ein wenig fehler am blitzen hat gerade blitzen haben wir das gesehen ich glaube das ist die stelle der mit glaube ich gerade die mein schwester waren hier überquert ne ich glaube hier geht es irgendwo nach gemünden ich glaube das war die stelle oder kommt ihr erst später ich weiß es nicht die gleise sind leider nicht in der karte eingezeichnet deshalb kann ich das nicht genau sagen aber irgendwo gibt es halt auf jeden fall die stelle wo wir einmal die mein spessart bahn überqueren ich glaube sogar zwei stellen müsste es theoretisch geben einmal glaube ich jetzt vor dem tunnel und jetzt auch hier hinterm tunnel müsste aber auch noch mal eine stelle sein das ist witzig oder die man hat ja die brücke aus der meinst besser bahn die hochgeschwindigkeitsbrücke ja schon häufig gesehen und jetzt fahren wir da einfach oben drüber wahnsinn also schließt sich im kreis so jetzt kommen wir wieder aus dem tunnel raus und wenn wir jetzt auf einer brücke sind dann kann es tatsächlich sein dass jetzt noch mal irgendwie an der main spessart bahn vorbeifahren bin mir aber nicht ganz sicher vielleicht habe ich mir das auch noch mit der zweiten brücke eingebildet ich finde da war ein blitz also bei aller ehre und das train simulators ich finde mit tsw3 ist das schon so ein bisschen meiner meinung nach der der vielleicht nicht der sargnagel für den train simulator das nicht weil es gibt weiterhin addons und so aber ich glaube jetzt gibt es halt einfach auch nicht mehr so viele Argumente warum man sich dem tsw verwehren sollte jetzt ist ja die belichtung extremst schön jetzt haben wir ja wirklich so schöne fahrzeuge das ist der einzige also manchmal auch der einzig wirklich große nachteil des tsw vielleicht zum train simulator ist einfach die fülle an content die anzahl der strecken die anzahl der fahrzeuge im train simulator das ist natürlich was ganz anderes aber gleichzeitig ist auch die anzahl an wirklich schlechten fahrzeugen an früher fahrzeugen die einfach nicht besonders sind ist halt aber auch sehr sehr hoch aber eben auch die der anzahl an guten payware fahrzeugen und auch ein paar sehr sehr gute freeware fahrzeuge gibt es auch wir haben uns jetzt zum beispiel die baureihe 102 im train simulator angeguckt das war ja eine freeware lock und ich finde ich ehrlich gesagt die ist definitiv von der funktionalität her so hoch wie im tsw also die kann dann locker mitspielen ja jetzt ist das ist das ein schlechtes wetter in dem wir jetzt drin sind was mir jetzt gerade hier so bei dem regen einfällt was ich letztens am bahnsteig gesehen habe standen flirte drei glaube ich am bahnsteig und es hat geregnet und der stand da für ein paar minuten und bis der halt ausfahrt hatte hat es ein bisschen gedauert und entsprechend hat sich der bahnsteig schon gefüllt und es gibt ja viele doofe leute die halt eben viel zu nah am bahnsteig rand stehen und als der flirte halt angefahren ist dann ist das ganze regenwasser das sich in der zeit des standes angesammelt hat vom dach ist dann praktisch am faltenbalk darunter runtergeflossen fast schon sinnflutartig runtergekommen und hat er die ein oder neun leute nass gemacht und ich fand es einfach sehr sehr lustig weil leute einfach nicht verstehen dass sie das züge sehr gefährlich sein können ist das dunkel jetzt auf einmal geworden wir sehen auch einfach gar nichts mehr da ist noch mal geblitzt also mir gefallen die blitze sehr das ist sehr cool ist von der animation her sehr sehr schön gemacht aber ihr habt gerade schon vielleicht das ein oder andere mal gesehen die sind manchmal ein bisschen zu nah die schlagen manchmal gefühlt ins führerstand fenster ein und dann fährt man da durch die blitze durch das aber ich bin mir sicher da wird dtg mit der zeit an diesen sachen dran arbeiten ich kann es nicht bestätigen aber ich kann mir auch nur schwer vorstellen dass das für immer so bleiben wird so elf kilometer noch dann sind wir in würzburg und das kann ich euch leider jetzt nicht bei gutem wetter zeigen das tut mir sehr leid aber ehrlich gesagt habe ich also in realität wird man vermutlich den scheinwischer ausmachen man im Tunnel ist, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Lust die ganze Zeit den Scheibenwisch an und wieder auszumachen. Deshalb lasse ich den jetzt einfach an. I'm sorry, aber es ist noch eine Simulation. Wir werden kein Geld zahlen müssen, um Scheibenwischblätter auszutauschen. So, Ankündigung von Nath. Eieiei. Interessant, was da so abgestellt war. Ich frage mich, ob das Gleise waren. Ups. Hm. Waren wohl nur Szenerie-Gleise und keine richtig befahrbaren. So, LZB entdequidiert. Ja, ja, haben wir gemacht. POLLANTE Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's. So, ach ja, hier war ich schon mal in Realität übrigens, auch mal mit dem ICE 3. Und dann standen wir, glaube ich, genau vor diesem Signal hier, das weiß ich. Das müsste dieses Signal gewesen sein. Und dann konnte man hier links schön diese Reben hier betrachten, die wir jetzt nicht sehen können. Und da rechts der Fluss. So, hier müsste die... ja. So, das war die Ankündigung auf 30. Und hier die Ankündigung auf ein Haltzeigendes Signal wird bestätigt. Ich finde die Stimme sehr, sehr cool. Gefällt mir. Hier sehen wir übrigens hier eine der neuen Funktionen, dass wir hier auf 85 verlangsamen müssen. Geschwindigkeitsbegrenzung 85 und da der 1000-Hertz-Magnet kommt. Wir sehen es gleich, ist er da. Und da müssen wir dann spätestens die 85 auf dem Tacho haben. Da noch KI-Verkehr. Irgendwas ist das dann mit den Anzeigen nicht ganz korrekt, oder? Wobei, der ist auch nur abgestellt, ne? Ja. Was haben wir da? Eine 185, die gerade ausfährt. Das ist übrigens eine der ganz, ganz wenigen Teile der Strecke. Das ist, glaube ich, nur so ein oder zwei Kilometer, die man mit der PZB fahren muss. Alles andere ist der LZB geführt. Und praktisch von da hinten, wo das Signal stand, hier übrigens die Leute hier mit Regenschirm, ne? Da, wo das Signal stand, bis hin zu, äh, bis Kassel. Einschließlich Kassel. Also im Bahnhof ist es auch LZB. Da hat es nochmal geblitzt. Und dann war es das, unsere erste Fahrt auf Kassel-Würzburg. Das finde ich auch ganz cool. Also erstens haben wir diese Animation vom Regen, wie der hier auf die Bahnsteige drauf plätschert. Zweitens die Spiegelung, finde ich so schön gemacht. Gucken, was ist besser von hier an. Ist das nicht herrlich? Ich weiß, das habe ich schon oft gefragt heute, aber ist das nicht herrlich? Noch ein ICE-3. Ja, und da haben wir das Gewitter voll im Gang. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Und ich wünsche euch das Gute und ich wünsche euch das Gute.